Hallo, ich bin Peter Maffay und das sind die Saturn Moments mit uns, einem Mini-Konzert und ein paar Ausschnitten aus unserem neuen Album. Jetzt, ich wünsche euch viel Spaß. Wir haben euch nicht viele Lieder mitgebracht, eigentlich nur eines. Ich freue mich, dass ein paar Gäste hergekommen sind, die Mühe gemacht haben zu uns zu kommen und wir sind ja in seinem alten, ehrwürdigen bayerischen Gasthof in Peel zur alten Post. Ich habe hier noch nie irgendwas Vergleichbares gemacht, also ein großes Abenteuer für mich auch. Aber wie gesagt, der Spaß soll oben stehen, wir wollen ein bisschen zusammen sein, wir wollen uns ein bisschen austauschen mit den Fans, die gekommen sind, einen Abend verbringen. Hoffentlich geht jeder nach Hause und hat das Gefühl, dass es sich gelohnt hat. Licht und Schein in all der Zeit verbinden uns. Danke, dass wir kommen durften. Wir sind extra aus Essen gekommen und so nah durften wir noch nie an Peter ran. Dass das so nah war, einfach wie im Wohnzimmer, wie als würde daheim für ein Spielen. Das war Wahnsinn. unbeschreiblich und einfach toll. Danke Peter und danke Saturn. Super! der